willkommen zurück zu einer neuen folge von crisis ein bisschen um die erste raketenbasis hier oder die erste raketenstellung hier auszunehmen oder mörserstellung ist es ja glaube ich irgendwas was hier rum ballert so könnten wir wieder hier cloaken dann begeben wir uns mal hier langsam entlang das sieht nach einer basis aus okay schätze die nehmen wir dann mal auseinander wir hätten ja auch noch hier ok da ballert irgendwas die haben das hier schon zerlegt wie es scheint trotzdem musste ja das geschütz muss weg du hast hier wohl aufgeräumt wie mir scheint naja gut mir soll es recht sein einmal kurz gespeichert dann könnten wir ja mal hier hoch blämmen sich auf keine granaten zumindest im moment kommen wir dahin wir werden es sehen nur könnte passen ich schätze wir müssen uns dann erstmal damit raketen ausrüsten wenn es ziemlich gar nicht mal so gut aus hier lief doch noch gerade einer rum dann laden wir nochmal auf naja guck wegschlichen deckung deckung so einmal kurz geupgradet dort möchte jemand sterben habe ich gehört naja dann passt so wie kriegen wir dich platt wo gibt es raketen da drinnen vielleicht hier könnte man gerade eure muni hier geben freut mich immer sehr sowas na guck mal c4 c4 ist vielleicht gar nicht so dumm bitteschön lalalala da werden auch noch granaten allerdings möchte ich jetzt erstmal den zerlegen au 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 wer ballert ah ein heli das ist unschön du gehst dabei wieder oder scheinbar nicht scheinbar nicht so na dann speichern und der heli vom himmel ballern ja ist ja gut mach doch mal hier langsam gut das war zu wenig muni beziehungsweise zu oft vorbeigeschossen alles klar raus geht doch jetzt ist ruhe nein nicht ganz so achso funciert das wurde mir auch geschrieben maximum strange also wie das ist es ruckelt also es schwankt tatsächlich weniger trifft immer noch nicht obwohl ich kann keinen so großen unterschied naja nicht wirklich tatsächlich gut das wäre das dann nehme ich nochmal hier ein muni was ich kriegen kann hoffe ich finde auch irgendwann mal wieder sniper muni ok voll dann laden wir mal durch oh und kriegen besuch ok waren doch zwei wo ist der nummer zwei abgeblieben naja egal schwimmen wir rüber ist glaube ich fast am sinnvollsten haben wir irgendwas aufgescheucht ja ein boot hm blub haben wir eigentlich sowas wie luft oder das ding eingebauten sauerstofffilter sieht echt verdammt hübsch aus hier und da war es auch mit der lichtbrechung haben sie gut hingekriegt bisher sieht es mal so aus als könnten wir noch weiter schwimmen oh guck mal viel schießt zum korallentauchen muss sagen das ist ja ganz praktisch so weit hm hopp na guck mal eine patrouille könnte eventuell ja böse enden und wieder gekloakt so da wäre nun mal zwei oh guck mal da ist ein geschütz das gefällt mir das ist nämlich vielleicht gar nicht mal so dumm wenn wir das nachher dann benutzen könnten schon ordnung soweit ich speichere mal fix einmal wieder aufladen lassen dann wird weiter geschlichen wir haben ja noch hier irgendwo bestimmt unser c4 na sie ist der flupp na toll na wo seid ihr ich seh nix das ist ja unserer das da hinten aber nicht ich möchte gern von diesem geschütz weg dankeschön wer ballert denn da so ich glaube wir kriegen aber Verstärkung gerade was ich ganz nett finde das sind ja unsere oder scheinbar nicht das sind unsere du ballerst hier die ganze zeit rum ok ah fuck 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 nachladen stimmt wir haben ja wieder granaten komm raus so ihr helft gerade gut dann gehe ich mal da runter viel spaß da hinten speicher noch und nehme ein wenig muni mit und einen ass gib mir die muni dankeschön na du auch da guck mal da ballert ein boot zerlege doch mal dieses boot hm kapüt ich glaube das hat sich gelohnt der rest verhält sich ruhig das finde ich nett ok da wäre noch was hm achso autofahren ist nicht mehr sehe ich gerade schade nur dann perpidus voran schauen was ich hier noch alles in den weg stellen möchte hm ich schätze wir müssen eh wieder komplett da hoch da laufen enten rum sind das enten seid ihr enten immer sowas in der art ente 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 hm war da oben nicht noch ein wagen irgendwie könnten wir uns das ja mal per auto anschauen sollte vielleicht ein bisschen schneller gehen als hier zu fuße rum zu hampeln ok wir müssen eh einen abstecher machen hm da brennt noch was vor sich hin mhm die sind aber empfindlich hm warm du Heli musst du da jetzt bleiben finde ich gar nicht so gut da landen Vögel ok zumindest mal eins zerlegt nur nicht sterben bitte nicht sterben ich glaube wir haben jetzt den Heli auf uns aufmerksam gemacht was nicht so schön ist weil wir keine Raketen mehr haben da war ja dieses Boot das weg musste das war ganz dringend weg musste gut da drin wird wahrscheinlich Zeug sein aber eine Menge Gegner wir haben ja noch Granaten dann heilige mach doch mal langsam da drüben ja dann dumm gelaufen ne jetzt vielleicht wenn wir anders mal nachladen sollen so Kollegen das geht halt immer so gerade so knapp so ganz glorisch ist das nicht was wir hier abhalten ein bisschen im Schleichmodus bleiben gucken dass wir drin irgendwo eine Rakete finden und dann sollte ja alles gut sein ich frage mich tatsächlich ob diese Granate allzu viel gebracht hat ist leider nicht so viel hier drin was mir was bringen könnte Supply wahrscheinlich da wo der Punkt ist gehe ich mal von aus ja das könnte ja sein dann äh wieder schleichen wir uns darüber hm das sieht auch ganz interessant aus so so viel dann dazu rennen noch so ein paar Hühner rum und na gut dann schauen wir doch mal auf mich sprengt jetzt keiner in dieser Zeit das wäre halt ne Idee was habt ihr noch schönes da leider nur Gewehre ich bräuchte ein wenig Raketen hm na fuck ich dachte den hätten wir schon zerlegt hepp ich muss mal weg vielleicht könnten wir es ja auch schaffen dass der Heli sich selber zerlegt du bist echt nervig weißt du das so so du kannst eigentlich da wieder runterfliegen das ist mir ehrlich gesagt relativ recht ich schätze da müssen wir hin oder ja ja da haben wir noch was zu tun wie es aussieht gut Heli verzieht sich wieder freut mich wir haben wir haben noch ein Checkpoint gemacht und dann können wir hier auch mal die Folge beenden würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe ihr hattet Spaß seit beim nächsten Mal dann wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao 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 Vielen Dank.